moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge polybridge und diesmal sind wir hier bei dem level stop and go jetzt machen wir bis zum level 10 gespielt glaube ich und heute machen wir da weiter und zwar manche checkpoints stoppen das auto ok mal gucken was wir machen müssen wir haben hydraulik gegeben durch ja okay ich fand als erstes und dann wollen wir mal erst mal hier die straßen rüber ziehen so dann noch natürlich stabilisieren von unten hier auch noch und wie immer man kennt schon die dreiecke über der brücke drüber hier vielleicht können weg machen und wir müssen ja glaube ich noch eine hydraulik einbauen hier so so irgendwie in dem wir hier an welches machen so und noch funktioniert ein bisschen schneller funktioniert das kommt und runter durch ja es kommt und durch ja perfekt so sich noch günstiger und dann gehen wir weiter zum nächsten und zwar die fesselstütze felsstütze vielleicht können wir diesen felsen zu einem vorteil nutzen okay wir sollen das in felsen okay so und dann okay so könnte das dann auch okay ich sehe ich so einem haben auch nur holz okay geht das so keine ahnung ich glaube schon dass es geht ja so jetzt einfach die dreieck oben drauf ich glaube dass das einfach sein So, das machen wir mal laufen, ja einfach, ok, let's go, check mal, funktioniert wahrscheinlich immer noch, ja perfekt, let's go, und weiter zum nächsten, Zugbrücke Nummer 2, eine weitere Zugbrücke, jetzt wird nicht getrickt, getrickst, ah ja, ok, ah, wir haben hier einen Stern in der Mitte, deshalb wir müssen den einsammeln, ok, also einfach gerade drüber, so, das hier, so, jetzt noch ein paar Stützen hin, können wir sogar so weit nach vorne machen, sehr schön, und dann machen wir es, äh, auf die eine Seite drüber, so, und dann, hier, was ist das? So drunter durch, ja, es kommt so drunter durch, und der kommt hoffentlich drüber, ja, perfekt, easy, wie immer, kein Problem, so, hier auch, ja, vielleicht ist Krankenwagen jetzt zu schwer, ich hab keine Ahnung, aber es funktioniert immer noch, klackt auch wieder ein, ah, ne, funktioniert immer noch, sehr schön, ok, dann weiter zum nächsten, Land, ne, äh, Landstütze, suche nach anderen Schutzmöglichkeiten, wenn rote Verbindungen nicht verfügbar sind, ok, also wir haben hier nur eine und müssen hier rüber, funktioniert das überhaupt, mal gucken, so, ah, ok, ne, jetzt funktioniert das, ok, dann müssen wir das, äh, ne, ähm, hier unten vielleicht hinmachen, und dann, ach, wir sollen, bei der Landstütze, ja, ok, das ist, ich, das ist jetzt, oh, easy, so, jetzt auch so, ja, geht dann auch, perfekt, so vielleicht, ah ja, ich glaube, wir lassen das mal, und so, Hydrauliksteuerung, verwendet den Hydraulikcontroller, um einstellen, wann, äh, um einzustellen, wann Hydraulik aktiviert wird, ok, äh, so, können wir den hier einfach so hochbauen, jetzt ist er dran, ach, ich hasse es, ach, so, und jetzt können wir hier, das hier machen wir, ne, so, was sollen wir jetzt hier mit dem Hydraulik, ah, da können wir bestimmen, wann was passiert, ok, so, und jetzt bei, ach, das sind die Phasen, ok, das hier, ne, ne, warte mal, der fährt, warte, was, er fährt hier hoch, dann soll es runtergehen, hier soll es also runtergehen, so, dann fährt sie, dann fährt er, dann soll er doch gar nichts da machen, so, ist das, ah, ne, kippt einen, ok, dann, so, ah, ne, ne, jetzt müssen wir sein, ein Hydraulikcontroller, so, runter, ah, schade, 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 ein bisschen weniger, ah, ne, ah, zu viel noch, zu viel noch, so, 40, ah, ne, immer noch, was ist denn los, so, nee, das ist zu viel, 46%, na, 47, ah, 47, ist ok, ok, gut, so, und zum nächsten, würde ich sagen, so, große Brücke, nutze die grundlegenden Baufähigkeiten, um eine große Brücke zu bauen, ok, ich wette diese Punkte hier hinten sind nicht umsonst, wir haben auch wieder Stahl, schön, wir haben Seile, ok, über diese einen Brücke mit den Malons, so, wie immer, unsere schönen Dreiecke, jetzt geht das einfach so, geht das schon, das ist natürlich die Frage, so, boah, das bricht ein, haha, ok, ich glaube, wir brauchen hier unten noch so, wo stützen, so, vielleicht, hält das jetzt, ja, jetzt hält, guck mal, hier ist sie locker, ah, immer noch, genau, perfekt, ok, und zur nächsten Brücke, oh, jetzt sind wir hier schon bei 2, also in der 2. Welt, und zwar, Vereinigung, jetzt, warum steht die denn gar nichts dabei, hm, keine Ahnung, ja, ja, so, hier, hier ist, glaube ich, auch noch sehr easy, und dann auch noch hier oben, so, die Frage ist noch nicht, ah, wir haben Federn, ok, ach, man, sehr hart, so, dann machen wir die weg, dann machen wir hier unten noch mit, vielleicht hier so eine Feder, funktioniert das, ich habe keine Ahnung, so, ok, das funktioniert schon mal, so, jetzt muss das nur noch runter, haha, er fährt einfach erstmal so auf dem Rücken, sehr schön, Ah, zu gut, ah, ja, jetzt sind wir genau hier in der 2. Welt, gut, dann haben wir die 1. komplett durch, ok, ok, gut, dann geht es das nächste Mal auf jeden Fall hier in der 2. Welt weiter, lange Zugbrücke tiefer gelegt, Buggie Bones, ok, ja, mal gucken, Highway, ok, sehr schön, ok, und abonniert gerne, wenn ihr noch mehr wollt, oder schreibt in die Kommentare, ob ihr wieder Trailmakers wollt, ich glaube vielleicht, dass mehr Leute Trailmakers wollen, oder was anderes, keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, und ciao! Outro